Da scheint wieder so ein typischer Schuppen zu sein, wo du nicht reinkommst. Leer. Soll ich grad sagen. Hier ist eine Kisse. Loot. Special Forces. Guck mal, hier stehen sogar noch die Jets abfahrbereit. Jaaaa. Das Ding ist halt nur, die Jets sind schnell und meine Reaktionszeit ist langsam. Aber hier hinten ist Loot. Oh, hochexplosives Mehrzweckgeschoss. Nice. Nice. Oh. Äh. Da vorne bewegt sich was. Es ist gelb. Das ist ein Harvester, oder? Nein, es sieht auch aus wie ein Tank. Tank. Apokalypse-Klasse. Matt. Oh, oh. Wahrgenommen. Oh, guck mal. F-23. Öberview. Mink. Recount Team 24. Ok. Darum ist gut. Okay. Wir kommen da jetzt rechts rein. Natürlich. Mink. Mink. Achtung kriegst du hier eine... eine Rechte Drohne. Wenn die loslegt, dann ist ja alles auf diesem scheiß Flugplatz aggressiv auf uns Können wir die abschießen? Wir könnten sie abschießen und stilllegen, aber ich weiß nicht, ob sie vorher nicht noch Ton gibt Zwei Wächter drohen übrigens Oh Gott, ja, da müssten beide halt zur selben Zeit ausgeschaltet werden Oh fuck, 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 oh fuck Oh Gott Eins Jetzt ist, glaube ich, alles aggressiv auf uns Kann sein? Kann sein Ich bin gerade durch die gute alte Autos explodieren und du stirbst einfach mit auf 10 Meter Distanz Ich belebe mich mal wieder Wäre ich jetzt die Tür zu machen? Ich würde gerne die Tür zu machen Bruder Der Typ der da ist gefällt mir nicht Au Wir hauen dir halt aufs Maul Ist deine Tür zu? Okay, sämtliche Türen sind zu Wir sind nun belagert Weißt du was angenehm ist? Käpt'n, Käpt'n Was ist der Status? Belagert FUBA This whole situation is FUBA What the fuck is happening? Weißt du, wofür FUBA steht? Nicht wirklich, nein Ich möchte es auch Gar nicht unbedingt so genau Wow, alter Fucked up beyond all recognition Aua Die links Warum genau hast du auf die Aufklärer Drohne geschossen? Weil die direkt in meinem Gesicht war Weil die direkt in meinem Gesicht war Oh nice Oh nice Heiße Ware Warte, was für ein Achievement habe ich Locker acht Maschinen einmal mit derselben Signalfackel an Moment, dann würde ich mir auch mal das Achievement Leute FUBA 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 Ich weiß auch nicht Was haben die eigentlich hier Guts, du? Das war der eine Ja, hier sind auch schon einige an der Seite tot Dauer Okay, es war doch nicht der eine Dauer Geht's dir gut? Ja, ja Mir explodiert halt nur alles so halbwegs drin What? Ah, guck mal Ähm, Felix Ja Au 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 Ich habe ein Problem Was denn? Ich habe noch 66 Schuss Und ich wurde gerade erstochen Aber ich habe noch eine Dreimalinenspritze Ticks Ticks Warum sind hier Ticks drin? Ich kann ja mal nachgucken Ich kann ja mal kurz 7,6 Ob ich noch Munition für dich habe Ich Drop dir mal kurz 7,6,2 heraus Ich habe tatsächlich 14 Schuss für dich Und noch Äh Die große 2,4,3 Ich glaube du kannst hier mit der Sniper auch durch drauf schießen Wir müssen die nicht schnell besiegen Wir müssen sie einfach nur besiegen und währenddessen nicht drauf gehen Deshalb mache ich diese Tür zu Und deshalb würde ich diese Tür auch machen Ich glaube ich möchte mit denen gerne eine Sprache sprechen Okay Hä? Bruh Ich bin dumm Du hast dich selbst gesprengt? So, du kannst aber hier eine Fackel rausschmeißen jetzt Nice Ticks übrigens Ja, ich merke es schon Und Gas Fuck, 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 fuck Sind sie nie neben die Tür gegangen? Ja Ticks Ah, das sind Gas-Ticks Renn Ah ne Ah, das ist gar kein Gas Das sind nur die Ticks, die einen vergiften Ich weiß nicht, inwiefern das eine gute Nachricht ist Ich weiß auch nicht, inwiefern der Dude da oben drin Eine gute Nachricht ist Aber Aber ich bin dafür Wir schließen die Türen wieder Warte Ich muss einmal gerade ein bisschen großes Zeug Warte mal kurz Nein, das war das falsche Mist Ich habe da übrigens Ich habe da übrigens mal ein First Aid Kit aufgestellt Ähm Ja, ich habe auch gerade gebrannt Das war sehr interessant Rechts Was passiert, wenn ich da drücke? Was passiert, wenn ich da eh drücke? Was weiß ich nicht Wow Ähm Du heilst dich? Du heilst dich Ja, nice Ich habe ihn getunnelt Wie getunnelt? Ich habe den Dude getunnelt Ich bin tot Ich hole dich Ich hole dich Ich kann dich nicht holen Ja, nice Ich werde dir erstmal warten Ähm Hast du eventuell noch ein Funkgerät? Was? Hast du noch ein Funkgerät? Ja, habe ich Was hört sich? Oh nein, warte, warte, warte Ich bin wieder da Ich lebe wieder Es hatte nur ein Delay Aber ein Funkgerät ist keine schlechte Idee Ich versuche mal hier schon wieder zu machen Ich gucke mal, dass ich hier wieder schließe Ach, schön, dass wir diese Idee hatten Ich stelle mal hier Im Ne, in dem Raum ist es glaube ich schon gut Hast du Hast du eins aufgestellt? Okay, du stellst gerade eins auf Oh, Moment Ich habe drei dabei Ist da Oh, lol Oh, ich habe ja auch in dem Verrotaufsatz Das Ding mittlerweile Nice Ich habe eine sehr dumme Idee Danke, danke Felix Deine Idee war top Habe ich etwa gegen den Türrahmen geworfen Nein Viel interessanter Du hast eine Tür aufgemacht Und ich wurde abgeschossen Von draußen Ja Das Ding ist Ich habe auch nicht rausgeworfen Die Granate Scheiße Ich bin zurück im Maschinengewerb-Modus Scheiße, warte Ich muss gleich nochmal ein bisschen Ich muss glaube ich gleich nochmal wieder zurückreisen Und du bist rausgeflogen Ich bin Nein, ich bin noch da Player on the beat hat die Session verlassen Äh, Felix Ja Also ich bin bei mir noch da Ja Äh, du lagst bei mir ziemlich, Felix Ja Das merke ich gerade auch Machst du gerade was? Nein Mach ich nicht Also ich stehe hier und Werde abgeschossen Äh, also sneaks du jetzt nicht gerade vor dem Ja, ich wollte gerade sagen Ich Ich Vlogge glaube ich mal Warte, lass mich gerade nochmal ein Ich bin zu doof gewesen Jo, danke für die Einladung Das Loaden geht ja hier ziemlich zügig Glücklicher Wahlwahn Zeitüberschaltung bei einem Verbindungsversuch zur Multiplayer Session Hm Versuch's nochmal Wenn's dann gleich nicht funktioniert Steigern wir schnell Generation Zero Neu Verbinden mit Horst Nein, okay Warte, ich starte mal Generation Zero Neu So Dann Generation Zero Oh, 35,4 Äh, 35,4% aller Spieler haben heiße Ware einmal geschafft Ich bring dir gleich nochmal ein, äh, Signal mit Und dann kannst du dich nochmal rauswerfen Ja, kein Problem, kein Problem Kein Problem Ich, äh, muss nur erstmal so lange überleben Achso Ich stehe halt hier gerade unter hartem Beschuss Ich stehe da am Funkgerät Und der verwendet Brandmunition Ja Ich weiß, ist ein übelstes Arschloch So Lad mich nochmal ein Moment Verbinden mit Horst Okay, das sieht nachher Wieder nachher Zeitüberschreitung aus Hm Okay, dann musst du, glaube ich, neu starten Mach ich aber gerade ungern Weil der Schenk fast down ist Mag ich, wenn wir in der Zwischenzeit mal eine kleine Stream-Unterbrechung machen oder Animal Crossing spielen Ach, ich würde jetzt hier einfach warten Ich schreibe mir jetzt mal gerade die Zeit auf, ungefähr So rund um eine Stunde So Dann weiß ich da Bescheid Und dann kickeln wir mal weiter Aber ich kann dir jetzt auch gerade echt nicht zuschauen, ne? Ach doch, warte mal, spiel zuschauen Warte, warte, warte Funktioniert das? Hm, es lädt gerade bei mir noch Hm, nee, offensichtlich scheint es nicht zu funktionieren So ein Rotz aber auch Warte, 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 warte Doch, doch, oh mein Gott, es funktioniert, es funktioniert Moment Ich versuche das mal gerade ins Vollbild zu kriegen Also warte Ja, auf jeden Fall habe ich schon mal Ton Ah, jetzt, jetzt habe ich das Huch, so So Warum mag ich die nicht nachladen? Warum mag ich die überhaupt gerade nicht mehr nachladen? Das ist jetzt problematisch Okay, 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 okay Warum, warum skalierst du das? Hm, verstehe ich nicht Der hat gerade versucht, oder der hat LOL Beide second Hä, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr so unbedingt So Dann gucken wir uns jetzt deinen Livestream an Über Das ist jetzt herrlich Also, dein Bild wird jetzt gerade gestreamt Also, du streamst zu mir und ich streamen zu dir Äh, zu, zu internets Spannende Sache Sie können sich jetzt spannendes Gameplay angucken Wie jemand ohne eine vernünftige Hauptwaffe Einen verfickten Riesenroboter zerstört Weil irgendwie Dieses Teil hier nicht mehr funktionieren möchte Okay Es funktioniert Das ist jetzt Panzerbrechen, ne? Ja Das wird dann ja gleich interessant, hör mal Ich muss mal ganz kurz hier Okay Mein Ach Rotze Puh So Ich bin mal kurz Live Okay So Kannst du dir schön kommentieren Ja, du Äh, ich bin erstmal gerade selber gespannt Von der Technik, die du setzt Suche den Komfort mit der, äh, mit der Geheimfacht Cool Die Quest habe ich nicht Zumindest nicht am Laufen Ich frage mich, ob es Zeit ist, dass ich mir mal angucke, wie viel Leben er überhaupt noch hat Na, jetzt solltest du mal gucken Das kann ich auch aus dieser Position machen Fünf Ja, voll Aber ich glaube, der hat sich auch ziemlich gut selber zugesetzt Oh, aber ich merke gerade, was für eine Riesenverzögerung, äh, dazwischen herrscht Auch wenn ich auf live bin Gerade eben Vor nicht allzu langer Zeit warst du gerade, äh, im Scope bei mir Also, Delay knappe 30, 40 Sekunden Also, ja, dann spoilere ich mal nicht Du hast es geschafft Fuck Fuck, 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 fuck Uah Lass mich rein Das war's Scheiße Aber da ist ja noch ein Funkgerät Ich weiß nicht, inwiefern die despawn, respawnen Wenn ich da einmal kurz weg bin Alleine Versuch's Guck ich nach Ach, dein schöner 2070 Kaiser Ja Den ich ganz ungeniert aus den Spieldateien geklaut hab Es ist da Ich meine, das weißt du schon Du bist schon wahrscheinlich wieder da locker, aber, ähm Höh Äh, ja Ich lass dich gleich mal selbst kommentieren, was ich gefunden hab What? What? Du hast ein 5 Sterne Watt gefunden? Ach, ganz ehrlich, Alter Ich kann nichts damit anfangen, du Möchtest du ihn jetzt einmal kurz speichern und nicht wiederholen? Äh, es ist gespeichert Ja, okay Ich guck mir ja gerade noch deinen Stream an, deswegen So, dann mach ich mal wieder die Drittanbieter Overlays aus So, zack, hier einmal das weg und einmal Live Broadcast, Standby So, zack, zack Äh, warte, wie komm ich jetzt aus dem Live Broadcast raus? Hier komm ich raus Du hast mir jetzt eine Einladung geschickt, weil die ist bei mir noch nicht durchgekommen Du, ich starte das Spiel gerade neu Ach so, ja, Entschuldigung War es gerade mein Fehler Nicht so hektisch Doch, ich bin immer hektisch Weißt du, was ein Problem sein wird? Was? Der Respawn Dass in dem Moment, wo ich das Spiel neu gestartet habe Kein Funkgerät mehr da ist Darüber hätten wir zuerst nachdenken sollen Nee Warum? Nicht nachjoinen, ohne dass ich das Spiel neu starte Was? Hatten wir schon mal das Problem Also, join ich dir jetzt nach, ja? Ja Gut Verbinden mit dem Horst Ähm, es sieht wieder nach einer Zeitüberschreitung aus Was ist jetzt uncool? Ähm Ähm Ich bin gerade sonst am überlegen, ob ich eventuell gleich mal schnell meinen Rechner neu starte Und damit halt den Stream auch einmal neu starte Ich starte jetzt nochmal Ich glaube, das kann aber auch gut an meinem Internet liegen Das tickt heute auch schon die ganze Zeit rum Naja, gut, aber dann können wir es Also, ich meine, gut, dann kannst du es ja gleich sonst einmal ausprobieren Notfalls, also ich starte jetzt nochmal mein Generation Zero neu Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kannst du ja sonst mal deinen Rechner neu starten Und wenn das dann noch nicht funktioniert, dann liegt es definitiv an meinem Rechner Und dann bin ich es Oder es liegt dann mal im Internet Ja, gut I'm waiting Ja, Moment Ich teleportiere mich gerade zur anderen Stelle Und schicke dir jetzt eine Einladung So, verbinden mit dem Horst Nee, okay, es sieht tatsächlich aus wie eine Netze Oh, nee, landen der Welt Du stehst hier rum Ja Was habe ich denn mittlerweile? Ach, ich habe ja noch Ähm, für was? Okay, ich frage einfach noch nicht nach Und lege die Munition, die ich gefunden habe Einfach in meine Truhe Wo sie darauf wartet, irgendwann verwendet zu werden So, warte, was hast du das für einen Scope denn gefunden? Für was? Das war kein Scope Ich lichte mal ein paar Sachen hin Das war kein Scope? Nein Oh, Lauf-Erweiterung für Sturmgewehre Was war das? Ähm, für Sturmgewehre? Für Maschinenpistolen Bei mir ist es für Sturmgewehre Steht zumindest drauf Kannst du noch mal ablegen? Ja, was kann ich machen Weil ich kann damit eine Stand fangen Also ich kann damit definitiv eine Stand fangen Tatsächlich für Sturmgewehre? Dann kann ich damit ja tatsächlich noch was anfangen So, wie viel Munition habe ich jetzt gerade dabei? Ach, scheiße, das war scheinbar Ehemann Millimeter Munition Panzerbrechen, 9 Millimeter Möchte 7,6,2er Vollmantel und Panzerbrechen noch haben? Ja Heilige Scheiße, ich schieße die jetzt schnell Also, die Schüsse sind unglaublich schnell Es war nicht mehr silent, aber Heilige Scheiße So, warte, dann droppe ich dir hier nochmal ganz kurz ein bisschen Muni Los geht's Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Ja Äh, noch nicht, noch nicht Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dem Fahrrad unterwegs sein will Naja, sind wir schneller da Also wir wollten wieder zum Flugplatz, richtig? Ja, das ist geradeaus Können wir da trotzdem Wegpunkt setzen? Äh, kannst du ja einfach den Flughafen verfolgen Oh Was machst du denn den Hyazinthen? Sind sie aus dem Lavendel? Das ist weder noch Naja, keine Ahnung Äh, nicht entdeckt werden mache ich Ich wurde entdeckt Ich fahre Tschüss Ja, ich fahre es auch Hallo, fahr, 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 fahr Hätten wir uns klar und deutlich abgesprochen, was wir exakt tun Dann, äh, wäre das doch, glaube ich, weniger das Problem gewesen So Bin schon auf dem Weg Ich reite dem Sonnenaufgang entgegen, mehr oder weniger Ja, ich bin, äh, in der Lagerhalle Nice Eins, dude, ist aggro auf mich Du bist tot Ja Ich respawn mal eben beim Lager Du warst auch vorne rechts in dem kleinen Haus drin, ne? Äh, nee, in der, äh, noch ein bisschen weiter Übrigens, ich bin offiziell nicht im, äh, 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 kampf gescheitert, sondern geflohen Oh nein Ja, wahrscheinlich, wenn ich keine Munition auf die verschwendet habe Das ist nicht mehr ganz so nice Man, warum haben wir denn da kein fucking Unterschlupf entdeckt? Warum hast du nochmal auf diese komischen Wächterdrohnen geschossen? Weil die mich gesehen hatten Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Ja Nicht lange Ich halte jetzt an Steige ab Und renne durch den Wald Ich schließe dann mal zu dir auf Du warst es nicht tendenziell eher die falsche Richtung, durch die du, äh, in die du rennst? Richtung Norden? Nicht ganz Ich komme da an, aber über kleine Umwege Was ist das denn für eine Klasse? Irgendwas hat dich entdeckt, glaube ich Ja Und an mich Hallo, steigst du bitte von deinem Fahrrad ab Ach, das ist ein Hunter Ähm, okay, ich lade Du machst was? Ich lade Ich weiß nicht, warum Nice, die Multiplayer-Station ist beendet worden, weil der Host nicht mehr verbunden ist Okay Ja, gut Dann probieren wir es gleich nochmal Mein Spiel ist gecrashed Ah, das erklärt natürlich, warum nicht mehr verbunden ist Alles Problem Ich schicke mal eben ein Screenshot Warte Ja, nice Wollen wir das sonst heute erstmal lassen Wollen wir sonst auf ein anderes Spiel umsteigen? Ähm, äh, so Also sagst du heute tatsächlich beenden? Ja, zumindest Äh Ich habe irgendwie jetzt heute speziell keine Lust auf, äh, Stardew Valley Anno Anno Auch gerade nicht so Und Berlin Feiertag Echt? Krass Aber nur in Berlin Ist morgen der, äh, der, äh, der, äh, warte, gleich erstmal direkt nachgucken Tag der Befreiung Tag der Niederlage der Achsenmächte Beziehungsweise der Achsenmächte Äh, äh, in Europa Ist mir, ist mir, ist mir, also habe ich auch gerade geguckt Na ja So, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle den Stream beenden und würde dann halt sagen Wir hören uns dann mit Sicherheit morgen nochmal und vielleicht dann sogar ein bisschen früher Je nachdem wir was hinkriegen Und dann hoffentlich auch besser Ja Müssen wir mal gucken, dass wir dann quatschen, ähm, weil ich werde wahrscheinlich vorher den ganzen Tag einfach Valorant streamen, so wie es dann gerade passt, also, ähm, schreiben wir denn einfach oder, oder weiß der gar nicht was und wir kriegen dort dann hin Joa Also, bis dahin, tschüss Shut up and sit down Bis zum nächsten Mal.